Der Emden-TV-Adventskalender, präsentiert von der Sparkasse Emden. Hallo und herzlich willkommen beim Emden-TV-Adventskalender. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast, eine junge Dame. Sie ist 16 Jahre alt, Schülerin am Max-Windmüller-Gymnasium. Sie singt und spielt Klavier, seit sie drei Jahre alt ist. Wir hören sie heute mit einer Nummer aus dem Film The Snowman Walking in the Air. Emily Anastasia Previtz. I'm holding very tight, I'm running in the midnight blue. I'm finding I can fly so high above with you. Far across the world, the villages go by like dreams. The rivers and the hills, the forests and the streets. Children gaze, open mouth, taken by surprise. Nobody down below believe their eyes. We're surfing in the air. We're swimming in the air. We're swimming in the frozen sky. We're drifting over icy mountains floating by. We're swimming in the Kirin. Rowsing up a mighty monster from his sleep We're walking in the air We're dancing in the midnight sky And everyone who sees us greets us as we fly We're dancing in the midnight sky We're walking in the air Emily Anastasia Przewitz, Walking in the Air aus dem Film The Snowman. Ein Stück, was sicherlich nachdrücklich im Gedächtnis bleiben wird, das war der Emden-TV-Adventskalender heute. Ich darf noch erinnern, unser Spendenportal für den Kinderschutzbund, für die Aktion aus Emden, für Kinder in Emden läuft weiter. Sie sind herzlich eingeladen zu spenden. Ihnen einen schönen Tag und bis morgen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017